Hallo, keiner hat jemals die Erleuchtung erlangt, keiner hat jemals die Selbstverwirklichung verwirklicht. Und das, was selbst ist, ist immer verwirklicht und wird es nicht irgendwann durch bestimmte autobiografische Erlebnisse, was auch immer. Und alles, was ich sage, ist auch nur geschwafel, konzeptuelles, ideenreich. Wie halt gerade hier der Sender eingestellt ist. Es ist doch eine Freude zu sehen, keiner hat es geschafft. Kein Jesus, kein Buddha, kein Ramana Mahaschi, kein Toni Parsons oder wer auch immer. Und wenn ich denen zuhöre, sagen die auch, kein Buddha hat hier die Welt betreten und wenn du ihn auf deinem Weg triffst, töte ihn. Oder kein Erleuchteter ist jemals auf der Erde gewandelt oder wird es. Die Wahrnehmung Die Wahrnehmung von dem, was hier erlebt wird, ist immer da. Auch wenn es nichts zum Wahrnehmen gibt. Oder das, was ich bin, ist schon vor der Wahrnehmung da. Und die Aufmerksamkeit. Wo geht sie hin? Kommt und geht. Was war das? Wo war jetzt lachen?